es kann sich die Problemseite die wir eh haben manche wirklich wo ich nicht so wirklich weiß macht man das am besten aber warte mal doch 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 mal klar ja ja das geht doch ich hab ich 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 ein Schauster Jungs aufwendet zentulich die doch wohl die Jungs und werden wir auf das hat die Knoppen zum Abort der Bar das ist schlau sein noch davon schlau er hat einen Hau ich weiß jetzt gar nicht mehr ob ich auf zwölf alles ja mit 17 sollte ich hinkommen ha hei 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 ich schlau 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 und zwar hier ja ihr ahnt was es sein soll es soll ein Unterstand dafür werden und dann habe ich auch eine Ausrede warum ich das Dach einfach da weitere so boing 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 speed boing ich muss ja direkt wieder nachpflanzen sobald irgendwelche Setzlinge sind nein natürlich ich bin ich bin ich bin ich bin ich nicht bock ob aber ich hatte eigentlich die ganze Aufnahme irgendwie im ab und zu mal dieser als die da doch genau machen das sei der Hochdeutsch ich könnte ja mit schweizerlich anfangen mein Problem ist das schweizerlich nicht kann so 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 und wieder speed boing 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 so 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 und genau das gleiche nochmal hier hier so oh 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 Das gefällt mir sogar. Das kann man so lassen. Ah ja, warte. Ich hab's auch hier unten und unten so gemacht, ne? Ja. So, warte mal, hab ich das eigentlich schon mal gemacht, ne? Das da ist mein Logo, ne? Das solltet ihr auch irgendwo hier bei Minecraft rechts unten in der Ecke sehen. Hab ich das schon vorgestellt? Hab ich da schon mal was gelabert? Ich glaub nicht. Ich glaub, ich hab das mal wieder verpennt. Hör wie immer. Ja, wie immer. Ähm. Ach, kacke. Ich glaube, der nächste Ball müsste dann schon so hin. Und hier zieht Mond, womit das nicht auffällt. Mond, Mond. Wann? So. So, ne? Weil das ist ja auch sowas. Nur, dass halt das hier diesen Schwenker hat. Wie viel hab ich denn da? Drei. Oder? Zwei. Okay. Ja, ich muss das hier aber länger machen. Ähm. Das soll man ja nicht sehen. Ich jetzt immer so. Und dann machen wir... Äh. Dann geht das so ein bisschen darüber. Hier so hin. Und dann haben wir hier Wand. So, dann ist das zwar ein bisschen so verschoben, aber es fällt nicht so drastisch auf. wieder Speedpointen. Ah, wir haben das Setzling schon wieder. Puh. 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 Da war noch irgendwo ein Setzling. Ich habe ihn gesehen, den heiligen Setzling. Ah, wir können ja hinsetzen, sowas hinsetzen. Puh. 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 Wie denn? Nein, das reicht. Nicht im Leben, wirst du hierher zu nolz haben. Puh. Puh. Irgendwann sieht es besser aus als vorher, auf jeden Fall. Das war's für heute. Wie macht man das denn jetzt hier? Da kann man das ja nicht so machen. So vielleicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wie sieht das denn so okay aus? Oder ich glaube man macht das dann vielleicht ein kleines bisschen anders. Warte mal. Warte mal. Das ist es momentan gestellte. So da geht der Balken durch. Hier geht es um Balken durch. Ja ok. ja das geht so folgendes nein so und zwar will ich dass es hier unten einmal rum geht so und zwar jetzt kommen diese ecken so da besser so so vom aus weg ne ich glaube da bleibt eigentlich nur noch oh job oh job ne dann besser wenn man das so macht dann wirklich so hier dass man das so hat und hier auch nun dann halt ohne so halt ja das sieht doch besser aus umbelängend so ach ja 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 stimmt warte hier ziehe ich mal das schon mal was höher ich wollte nur was nachgucken und zwar kommt hier wieder sowas hin also wird das hier aufgefüllt passt perfekt aber auf der seite kommt da was hin und zwar ja stimmt ist das schon weiter nach vorne gewählt ne äh ich glaube der hier muss der hier muss muss so gesehen einer vorne ja um halt auch dieses gleiche zu haben ja um es wird was ok und es ist nur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 wir sagen 1 2 wir machen es hier 2 dafür ne da wie viel hab ich das gelassen 2 ne wir machen es anders ne wir machen es anders so dann kann ich mich nur so jetzt kommen die Sachen hier weg denn jetzt kommen hier nämlich noch zu kleine Seitengauben Fenster rein die ich unbedingt machen wollte eigentlich hatte ich geplant es auf der Seite zu machen aber da das hier das Ziel größer geworden ist als geplant mache ich die Ebene Zieler muss ich mal gucken muss ich mal gucken dann machen wir vielleicht doch nur 1 hm hm 2 wären schon geil äh Wolle habe ich die Wolle habe ich die Wolle brauche ich nämlich dafür und zwar folgende meistens sollen die aussehen so so ah ne so 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 ne das unsere geht ja ganz normal weiter aber 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 und das ist das der Unterschied so 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 und dann hat man halt hier ne Gaube so so und die ich ziehe das hier auch nochmal lang denn das hier ist ja meine Orientierung denn das hier ist ja meine Orientierung so so ja doch so Das war's für heute. wir halten echt die ganzen Bäume noch weg ich leine sie auch fleißig jetzt mit weil danach hier wieder auf Forstung und so ne wenn denn hier irgendwelche Selbstlinge während tun warte mal das ist doch kann man hier nicht das müsste doch möglich sein ja sieht doch gut aus aber sogar noch hier zwei Gaubenfenster-Dings drin ich finde das sieht schon oben hier oben ist ein cooler Wohnraum auch entstanden und von außen sieht das glaube ich gar nicht mehr so hässlich aus es ist einmal eine Sightseeing-Tour von dem Ding und das Dach zu Ende machen wir dann das letzte Mal vorne haben wir es halt so dass es aussieht als wäre es zweigestöckig es zieht sich lang und wir haben halt diesen Weg der sich halt auch da rum windet der ist dann hier ich glaube ich sehe das Dach auch gar nicht mehr so monströs aus ne ist jetzt nicht mehr ähm und hier haben wir halt das hier so sieht das von hier aus krass ich finde es geil es sieht gut aus da werden wir uns nach oben hinstellen und glaube ich wir machen das in der nächsten Folge in der nächsten Aufnahme so wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin tschau 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 tschau